Was ist Werkzeug? Wir haben diverse Maschinen. Das sind Kälmaschinen. Kleinere Handwerkzeuge. Hammer, Akku. Tischfräse, Obermaschinen. Bleiwagen, Zwingen. Vierseitermaschinen, Presse. Sehr viel auf dem Bau ist Wetterresistenz. Jedes Mal heiss, kalt. Wir sollten ein gutes Vorstellungsvermögen haben. Sicher ein Teamjob. Ich mache es einfach gerne genau. Es muss auf einen Millimeter genau gearbeitet werden. Mathe ist sicher wichtig. Vorstellungsvermögen. Es sind sicher die zwei Hauptpunkte, wo man gut sein muss. Ich gehe nicht gross in Fitnesscenter. Durch das Lüpfen bekommst du nicht mehr so. nicht mehr so. Vielen Dank.